Okay, mein Vasaal ist zurückgekommen. Besiegt einen Zyklop. Drei hat er, glaube ich, sogar besiegt, wenn das richtig geht. Uh, 367. Reisebericht. Ich mache viele Fehler im Kampf. Ich habe viel zu lernen. Unsere Farben mit dem Außenkarren sind unvergesslich. Ich habe euch enttäuscht. Das wird nicht wieder passieren. Okay. Trocknete Blume. Okay. Gereist mit Vasaal. Abby, Eclair, Jormundir und Henry. Okay. Ja, kannst einen neuen Auftrag festlegen. So, Vasaal ein Abzeichen verdienen. Dann muss man ein paar Zyklop machen, ja. Äh, du kriegst Gold. Ja, klar. Wir machen das wieder ganz einfach. Wieder tausend Gold. Danke. So, ja. Ich habe gut geschlafen. Jetzt sehen wir auch gleich mal wieder unsere Sachen hier an. Unsere normalen Sachen. Ja, das sollte ja passen. So. Jan, werde ich mal auch gleich diese Suche mit dem Medaillon wieder los. Weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber er hat das nicht angenommen. So, das war der, das war das Abgeschmiertes. Jo. Jo. Dankeschön. So, und dann hören wir noch einmal den Bettler dazu. Ah, Mann. So, dann können wir den jetzt auch endlich verfolgen. Danach gehen wir zu Sebastian und dann wird das alles hier. Es wird alles schön. Vielen Dank. Ja, das zeigt auch, glaube ich, immer eine andere Geschichte, oder? Ja, das ist Rosamund, ja wohl. Ja. 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 Okay, ich glaube, ich habe so das Gefühl, warte mal. Ich glaube, der geht nicht mehr, oder? Ja, wir müssen da wahrscheinlich irgendwie nachmittags oder so. Hm, dann spreche ich mal ihn hier wieder an und verbessere mal noch ein bisschen was, wenn ich denn kann. Ach so, ich kann, ja genau, du die Tonika verbessern. Warum sollte ich das denn machen? Das war ja, das war ja, warte, kann ich, kann auch noch von ihm hier vielleicht? Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall, Kupfererz haben wir genug. Ja, und davon haben wir auch ein bisschen was. Sehr schön. Und das, da können wir dann sogar jetzt auch komplett aufbessern. schön, Jörg, Jörg, einfach komplett aufgebessert, sehr schön. So. Mag ich jetzt wirklich gehen? Mhm. Ja, okay. Ah, dammit. Schade. Dann lass uns was anderes machen. So, wir müssen Hauptmann-Brand-Bericht erstatten. Ja. Hm, Sebastian zurück. Da kann ich glaube ich nicht mehr machen, also da ist wahrscheinlich so ein Ding, weil der ist nämlich, der ist nämlich vielleicht nicht mehr so am Leben. Okay, dann, wenn der Bettler hier keinen Shit macht, dann gehen wir doch mal, dann gehen wir doch mal den guten Sebastian besuchen. Gucken, ob er heile zurück hat. Und dann könnten wir ein bisschen raus und könnten wir nochmal, ja, äh, ein bisschen kämpfen. Da ist natürlich auch Bock drauf, ne? Hallo. Nice. Hm? Hm? Ah? Das ist ein Schraubchen der Daphne. Das ist wohl ein Schraubchen aus dem Tauke. Das ist wohl ein Schraubchen. Das ist nicht nur ein Schraubchen, sondern auch eine Schraubchenkarte. Das ist wirklich? Dann haben wir einen Schraubchen. Ich bin so gut. Das ist natürlich auch der Schraubchen. Aber ich habe wirklich gut gemacht. Oh, 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 oh. Okay, was mit ihr? Okay. Ich gehe da trotzdem jetzt mal gucken. Ja, ruhig mal. Okay. Was halten die? Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ähm... Ja, ich wüsste auch gerne, was hier ist. Okay, sieht so aus, als hätten wir das aber auf jeden Fall fertig. Und jetzt müssen wir das den Wächtern übergeben. Es ist halt nur die Frage, was für Wächtern, bitte? Geben wir mal nochmal ins Schloss. Die sind ja jetzt bestimmt wieder gut gelaunt, ne? Die wissen ja auch gar nicht, dass ich das war. Ich hatte eine Maske auf. Ich war's nicht. Hi. Ja. Ähm... Welchen Wächtern kann ich das denn jetzt übergeben? Wird einer von sich aus quasi mit mir reden, oder? Welchen Wächter denn? Oder meinen die der Hauptwache? Hallo, Wächter. Ne? Okay. Hm. Ist irgendwie weird. Ähm... Äh, was ist jetzt... Was ist jetzt damit? So, das sind nur meine... Ich würde gerade sagen, da rennt schon wieder jemand. Benächtig. Ähm... Ähm... Bettler im Auge, Übungsplatz, ja. Ne, falsche Souveränität. Ähm... Ähm... Quasi helfen kann, mit... Ähm... Ähm... Im Sinne von... Wo... So... So... 200.000... Ist das etwa das hier, was da leer steht? War da nicht jemand drin? Nee, das 1 oberhalb, ne? Ich muss immer noch den Dullahan-Boy finden, ne? Stimmt, die war ja auch noch, ja. Nee, nee. Ah, ja, 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 ja. Ja, wir müssen, also, ich glaube, der würde halt versuchen, sich an dich ranzumachen, ne? Während dein Mann halt da weg ist und wahrscheinlich stirbt. Ja. Ja, das darf ich mir schon. Ja. Jo, mach mal. Ich gehe schwer davon aus. Das ist auch ne Time-Quest. Jo, die hat definitiv Vorrang, äh, vor allem. Und wo soll das sein? Oh, shit. Das ist ein bisschen weit weg. Ich glaube, da fährt auch kein Ochsenkarn hin, ne? Jo. Okay, dann... Dienste eines Ochsenkarn? Wait a minute. Ist hier... Ist hier vielleicht so ein Ochsenkarn, der fährt? Wo... Wo fährt denn der hin? Nee! Fuck. Ich wollte nicht auf den Ochsenkarn warten. Ich wollte wissen, wo der Ochsenkarn hinfährt. Wohin geht die Reise? Äh... Ich wüsste halt gerne, wohin die Reise geht. Zur Ruhestadt. Warte, und wir müssen... Ruhestadte des Tunisguts zu... Töten. Wohin... Wo... Okay. Wenn Ruhestadt jetzt hier liegen würde, wäre geil, aber... Wenn der jetzt in die komplett falsche Richtung fährt, dann sind wir halt... Dann sind wir halt Ripp, ne? Zum Kontrollpunkt Ruhestadt. Komm, wir nehmen den Gamble. Was soll's. Let's go. Wir nehmen den Gamble. 200 Gold. Die haben wir. Fährst du noch los? Ich kann einnicken, ne? Okay. Oh, mein... Wir machen das da mal. Okay, nice, nice. Das sieht schon mal gut aus. Äh, wir machen das nochmal. So. Okay, wir brauchen das... Wir brauchen ja eigentlich nicht. So, abheben. Weg mit dem. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Magisch, doch. Und dann können wir den wahrscheinlich mit so einer Flamme versehen. Das ist noch einer. Oh mein Gott. Hilfe. 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 Ja, der Obst und Kahn ist dead, ne? Ja, natürlich. Ähm, wir machen mal kurz hier die Charaffe, damit ich nichts zu holen bekomme. Wir heben uns mal. Gut. Okay. So. Holy Moly. Einfach zwei Uga. Ah, ja. So, nee, Dropkick, das hört sich gar nicht so geil an. Wenn man das da macht. Dann machen wir das da. Okay. Und dann machen wir noch einmal H-Gestuhl. Nee, okay. Charaffe. Ein bisschen Leben wieder. Ja. Ist okay. Abbrechen. Legen wir den mal bei mich. Ja, leg mir den einfach mal hin. Mann-O-Meter. So. Wir beleben mal kurz wieder. So. Dann einmal beben. Der Obst und Kahn ist halt dead. Das ist halt ein bisschen doof. So. Wir müssen hier auch wieder weg. Sonst wird das hier nichts. Nee, 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 nee. So. Ich mach noch mal die Flammen. Ja. Sehr schön. Kann ich da mehr von. Oder hebt eine die andere auf. Glaub nicht. Okay, jetzt. Das war ein bisschen zu viel. Ja. Bitte mal kurz. Ja, danke schön. Danke schön. Danke schön. Sehr schön. Äh, wir. Ja. Dropkicken. Nee. Das lassen wir mal. Erdbeam. Und. No, 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 no. Hilf mir einfach bitte. Please. Au. Ah, der eine ist tot, oder? Oder. Ja, der ist. Nein, der ist tot. Dann hier wir uns nochmal ein bisschen. Ah, ja, 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 ja. Sehr schön. Und der ist ne tot. Nee, der ist, der ist definitiv nicht tot. Äh. Warum? Oh Gott. Bitte nicht auf mich. Bitte einmal, einmal hier. Einmal, danke. Huch. Ja, Junge. Das war, das war ein Weiterwurf. Äh, Weitersprung. Mal wem. Abschöp. Zwei sind aber auch fies, ne? So. Hier kann man doch bestimmt noch so ne vorausschauende Flamme geben. Einfach noch eine. Super. Da ist noch einer geflogen. Oh mein Gott. Oh, war das Damage. Oha. Ja, das war aber auch Damage. Gib mir mal bitte Leben. Okay. Gib du mir Leben. So. So. Wir können aber, ich glaube, Beben, Carsten. Das sollte hoffentlich treffen. Ja, ja. Hat getroffen. Das hier. Dann machen wir noch einmal Beben. Und dann sollte das eigentlich... Ja. Sehr schön. Sehr schön. Letzte Lebensleiste. Dann machen wir noch einmal halbe Sturm. Oh mein Gott. Das war mir zu gut. 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 Oh. Oha. Nicht so gut. Nicht so gut. Jetzt bitte einmal das da. Danke. Ja. Wir müssen aber auch noch Dings wiederbeleben, ne? Ich mach mal ein... Ich mach mal ein Nein. Ich mach mal ein Nein. Wir können ja wieder probieren. Ist ja nicht so, dass jetzt halt quasi... Das jetzt vorbei ist und so. Oh. Vom letzten Speicherpunkt. Again. Okay. Wo ist der? Ist ja gerade, wo wir da angegriffen worden sind. Bitte. Das wäre eigentlich ganz nett. Lade. Okay. Okay. Der Lade-Screen. Äh. Nähere dich dem falschen Souverän. Das war doch jetzt aber keine Zeit. Das war doch jetzt kein Zeitauftrag, oder? Hä? Nähere dich dem falschen Souverän war ein Zeitbasierter Auftrag? Der ist jetzt einfach weg. Ich glaube, warte mal, Karte. Hat der das gespeichert, wo jetzt das Dings da zumindest war, sodass wir da die Karte freigeschaltet haben? Ich weiß es nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Dann holen wir nochmal einen Ochsenkahn. Dann fahren wir nochmal mit dem Ochsenkahn. Why not? See, 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 da, see, da. Ja. Hi. Yo. Let's go. Warum ist das Souverän-Ding jetzt abge... Weil das Ding ist, was ich jetzt damit hab, wir haben ja neu geladen. Warum ist das plötzlich gone? Ja. Das macht ja irgendwie... Das macht ja irgendwie nicht so viel Sinn, ne? Ach Gott. Was haben wir hier? Hä? So, zack. Mal Hagelsturm. Ja, wir bieben. Äh, ja. Danke. Ja. Ist glaube ich vorbei, oder? Ach, da sind, da sind auch noch welche. Okay. Setzt wir uns mal... Ah, Jörg ist eins aufgestiegen. Stimmt, Jörg haben wir ganz vergessen, ne? Bin nicken mal weiter ein. Habe ich gar nicht geguckt, wo wir hingefahren sind, ne? Wird ja auch sein, dass wir jetzt quasi hätten können... Okay. Da sind wir. Oh, Gott sei Dank. Wir sind wirklich näher in die Richtung gefahren. Oh, Dankeschön. Danke fürs Mitholen. Danke. Wir gehen mal hier kurz einmal rein. Geh trotzdem einmal kurz in die... ins Städtchen. Um mir das Städtchen quasi zu gönnen. Kontrollpunkt Ruhe statt. Nice. Grenzsiedlung von Vermund und Batal. Sieht aber gut aus, Holy. Da ist ein... Da ist ein Grenz. Da ist eine Grenze. Ja, da ist Fähre? Okay. Okay. Erfahrung im Banditenturm. Wo ist denn der Banditenturm? Okay. Erstmal gehen wir jetzt zurück. Wir haben einen Zeitauftrag. Aha. Das ist wie 20. Oh. Tschüss, Dudley. Ja, komm, wir geben dem was Gutes mit. Ähm, wir geben dem einen Haarknollenradobahn mit. Danke. Abby. Die gute Abby. Let's go. Hi. Du auch noch? Oh, 6.000. Ja, nehmen wir doch mit. Gegen Gareth tauschen wir die aus. Ja, dann machen wir das doch mal. Ähm, du kriegst. Boah, ja, das ist jetzt schwierig, ne? Du kriegst einen Fisch. I'm sorry. Okay. Ja, wir arbeiten zusammen. Bestimmt. So. Wir haben jetzt wieder ein paar mitgenommen. Oh, was ist das denn für ein Ochsenkarren, ne? Wir haben halt keinen, wir haben halt keinen Schnellbezauber mehr, da ist der Regel, ne? Ja, aber ich denke, das sollte. Nice. Oh, gar kein Problem, haben wir gerne gemacht. Hm, hm, hm. Okay, das wird mich wieder außer Atem setzen, ja. Das ist ne tote Ratte. Der Sieg kriegt die Beute, deine gestohlenen Gegenstände vom Printerrad zurückbekommen. Was? Okay. Ja, wir haben doch jetzt aber keinen Yadiz oder so bekommen, oder? Was haben wir denn zurückbekommen? Okay. Keine Ahnung. Aua. Das war unschön. Ich nehm mir mal ein bisschen Leben wieder weg hier. Au. So. Greif den mal an. Wir machen das nochmal. Zack, einmal beben. Zack, einmal dead. Sehr schön. Oh, super. Ja. Das lebt ja immer noch. Hühnchen. Hühnchen. Noch ein Hühnchen. Noch ein Hühnchen. Nett. 21 sind wir jetzt. So. Ja, dann zeig mal. Ja, ja, macht nichts. Ja. Hallo? Tschüss. Oh mein Gott, das ist aber ne... Das ist ne recht kleine Klippe, ne? Äh, kleine Brücke. Jetzt kleine Klippe. Brücke. Weitere geht's. Zack. Huch, was hat denn der für ne Waffe? Oh nee. Das ist ja auch krass. Oh, was ist das da? Da ist irgendwie sehr viel drauf, hm? Kann ich da hochschweben? Hä? Ach! Allihallo, Allöchen! Ich glaube, ich bin hier oben relativ sicher, oder? Zack. Ähm... Da noch mal eine. Hage ist stumm noch. Okay, okay, nee, ich bin hier nicht safe. Ich bin hier nicht safe. Ich bin hier nicht safe. Wenn man denkt, dann ist es safe. Äh, ja. Ich glaube, die Kamera wieder ein bisschen am Längen. Ich weiß es nicht, ne? Vielleicht so ein ganz kleines bisschen. Hm. Das wäre natürlich wieder doof. I do not like this. Hm. Okay. Ist er wieder hier. Dann gehen wir mal noch weiter. Okay, da ist er nochmal. Ich bin trotzdem hier immer hoch. So. Gasen wir das da einmal. Und dann gasen wir auch einmal beben. Und dann müssen wir jetzt aufpassen, dass wir halt... dass er halt nicht hier aufsteht. Also. Basically. Ich glaube, diese... diese Flamme ist halt mega. Die ist halt wirklich heftig. Wenn die viel getroffen wird. Ja. Oh, krass. Das kann mich keiner hochholen. Oh, da ist aber einer... Da tut dir einer richtig gut da draufhauen, ey. Okay. Nur noch ein bisschen da drauf. Und noch ein bisschen da drauf. Kann ich wieder casten? War nur einer... Einer gerade drauf zu hauen? Ja, ich wollte gerade sagen. Nice. Sehr schön. Dann bin ich hier ein Blatt Blütenmilz. Tut mir leid. Oh, da ist man so ein Käfer. Okay. Okay. Wenn wir es besteigen, kriegen wir eine bessere... Ist ihr das? Hallo? Was bist du denn? Ist das ein Schrein? Wer ist aufgekommen, ihn an einem solchen Ort zu errichten? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was das da ist. So, gehen wir mal einmal hier runter. Hat keiner gesehen. Ja, ja, das macht nix. Warte. Warum ist er hier lang? Wir müssen hier auf jeden Fall hoch. So, also das heißt einmal Kehrtwände machen. Ist er hier so? Aber wir gehen mal einmal hier so runter. Gold? Ach, die bekämpfen sich auch gegenseitig, die Echsen und die Dinger. Ach, hallo. Mal gestorben. Zack, 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 zack. Noch einmal. Nice. Schön. Das mag ich so sehr an dem Game, ne? Einfach, dass man auch mit seinen Vasallen so ein Abklatscher dann macht und... Ah, ja. Einfach so, wir sind zusammen hier drin. Übrigens, hier sind ganz viele... Was ist das jetzt? Das sind keine Haare? Oder? Das sind andere Vögel, ne? Asker, ja, oder was weiß ich. Ich höre hier was. Ah, das ist ein Roger. Ah, ja. So, erstmal das da dran. Zack. Dann nochmal dran. Dann machen wir das da. Einmal beben. Okay. Nee! Hilfe! Hilfe! Oh Gott, nee. Oh. Oh, jei, 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 es hat mich feuerlos gelassen. Okay. Einmal ein bisschen absaugen. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. So, einmal hier ans Bein. Nochmal, nochmal. Achso. In den Rücken. Ich darf nur nicht da gegriffen werden. Das wäre richtig gut. Okay, 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 nice. Es ist gefallen, es ist gefallen. So, einmal H gestorben, einmal H gestorben. Komm schon, ja. Gib mir mal einmal, so. Und dann machen wir jetzt noch einmal die Flamme da dran. So. Dann müsste der da, dann müsste der da wirklich... Ja, jetzt ist er red. Uh. Ganz einfach, ne? Warum? Nee! Danke, danke, danke. Oh mein Gott! Okay, das hat nicht gewirkt, weil ich nicht... Weil ich nicht genau gemacht habe. Dann war. Okay, hat auch nichts geholfen. Dann müssen wir ein bisschen sticken. Boah, Mann-O-Meter, ey. Jungi, 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 jungi. Ach, ey, je. Eile zu Hilfe? Leuten zur Ruhe? Jemand wird auf einem alten Schlachtfeld bei Monster angegriffen. Eilt ihm zu Hilfe. Warte, was? Warte, was? Ach, Mann. Ja, ich kann halt leider nicht. Heißt ja, auf einem alten Schlachtfeld. Boom! Nee! Wo, wo soll der sein? Hallo, Jörg. Lebt wieder. Ja, da ist so ein... Da ist so einer. Hält das Schlachtfeld? Noch mal ein Goldkäfer. Warte, hier war nämlich auch noch... War da noch was? Wo war ne Truhe? Ja, Schild von Wernworth. Wo war jetzt das alte Schlachtfeld, was? Altes Schlachtfeld? Okay. Kann ich das hier machen? Kann ich den Leben halt mal einziehen? Ja, perfekt. Sehr schön. Wir machen das da mal. Hat auch ein bisschen mehr Sinn. Hat auch viel Damage eigentlich. Sehr schön. Noch einmal. Okay. Zack, zack, zack. Sehr schön. Wir haben hier ein... Das ist kein Lager, okay. Das ist wahrscheinlich kein Lager, weil hier noch gefeiert wird. So, wo ist denn jetzt hier... Hä? Wir sind falsch gegangen, ne? Ja. Ja. Äh, wir sind falsch gegangen. Aber ich will auch kein Lager aufschlagen. Wir müssen jetzt echt... Wir müssen jetzt echt dem... Wir müssen jetzt echt Le Boye helfen. Dann müssen wir hier nochmal raus. Dann ist das halt so. Aber wir müssen quasi... Wir müssten quasi hier hoch, ne? Jetzt ist die Frage... Da kommen wir nicht wirklich hoch. Ich muss das gerade ablehnen. Ja, 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 wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Aber... Wir haben gerade das Problem... Dass wir... Von da aus nicht hier reinkommen. Hier ist aber noch so eine Parallelstraße. Die führt hier oben irgendwo vorbei. Das kann man hier sammeln. Ähm. Immer schön mitnehmen. Ah. Hm. Jetzt sind wir hier gerade dran vorbei. Was ist da oben auf die... Ich muss da oben irgendwie auf diese Straße quasi drauf kommen. Ich will nicht zu lange Zeit verplempern. Ich will dem jetzt helfen, diesen Dula anzufighten, damit er wieder zurück zu seiner Frau kommt. Wäre halt richtig mies, wenn er das nicht mehr kommen würde, ne? Es ist auch verdammt gekelhaft dunkel. Und Arzt. 22. Schon ganz cool, ne? Ich will erst mal gucken. Abby hat keine Belohnung festgelegt. Und ich glaube, hier auch. Doch, Besieger ein Ohr. Habe ich ja schon gemacht. Habe ich ja schon gemacht. Genau. Dann, ähm, machen wir das nochmal. Gehen wir das nochmal weg. Du darfst gerne nach Hause gehen mit einer Echsen-Schuppe. Ja. Danke. Ach, shit. Kommen wir hier jetzt irgendwie... Ich muss da irgendwie hoch. Wenn ich da jetzt nur von hier so herkomme, das wäre halt richtig mies, ne? Ja. Aber ja. Aber da sieht jetzt auch nicht so aus, als würde da so einen Weg herführen. Da ist nur auch so ganz klein. Aber vielleicht kommen wir von hier so auf den Weg da drauf. Ich habe kein Lampenöl mehr. Okay, da war was. Okay. Magst du Heimagie wirken? Ähm, dann lass mich mal gerade gucken. Aber ich habe doch noch Lampen... Ich habe doch noch Lampenöl. Ich habe doch noch Lampenöl. So, ich wollte gerade sagen. Aha. So, einmal das da. So, vielleicht müssen wir doch mal eine Anlage aufschlagen, ne? Wir schlagen mal kurz eine Anlage auf. Ja. Schlagen mal ganz kurz eine Anlage auf hier. Ist zwar, ist zwar kacke und vielleicht, ja, jo, wir benutzen mal das faulige Bestiennöppchen. Scheiße, sieht das gut aus. Ah, selbst wenn das verfaulich ist, ist das okay. Fertigkeiten ausstatten. Ne, bis zum Morgengrauen. Gut, komm. Dann, äh, jetzt muss aber... Warte, äh. So. Und ihr aus? Jetzt hier so hoch? Ne, das geht nicht. Kommen wir nie im Leben, kommen wir da hoch. Hm, können wir irgendwie hier so langrennen oder so. Hallo und tschüss. Ja, das da sieht schon gut aus. Damit da ist ein Zyklop. Huch. Dankeschön. So, wir machen das da mal. Da mal Bebenkasten. Wenn wir mal gerade was geben. Ja, perfekt. Ja, zack, noch mal. Das da mal. So. Tag, Harry. So. Und das da. Okay, der ist wirklich... sehen. Okay, heiß. Heiß. Einmal Hagelsturm. Ah, da ist. So, hier. Oberknochen. Ein Latos-Stein spürt sein, okay. Kann einer dem noch den Rest geben? Okay.